willkommen Freunde bei Hazard Ops im Expertenmodus einsamer Berg wir sind zu dritt heute wer ist dabei und der Trantobaki aus der Schweiz ja wir haben gerade schon mal kurz versucht haben voll auf die Fresse gekriegt und ich würde sagen wir Brücke Brücke und Deckung sofort Deckung weil wenn wir jetzt noch mal überlegen die die explodieren auch wenn die zu nahe kommen so nicht treten schießen so Lade ja kommt einer ja durch okay ich komme zu dir ja ich habe mich rausgefunden bei mir ist es so da er ja oder der Charakter auch an sich ist Rechtshänder und da finde ich besser wenn ich an der linken Wand stehe dann habe ich so die linke Wand als als Cover was? wo? der Trantobaki der geht da hinten ab ich schmitz Katze wer schießt denn jetzt auf mich? wer hat auf mich geschossen? ich habe den erledigt für dich ich wurde plötzlich getroffen und hatte fast kein Leben mehr im Moment ist ziemlich laggy muss man sagen also es ist Sonntagnachts keine Spieler online aber ist okay laggy komischerweise übelst laggy da kommen die ersten Dicken bei mir nicht so die muss man direkt abgreifen ich finde das so doof ich finde das so doof dass man nicht bücken kann Schildträger spricht dich aus Vorsicht bei mir geht es gleich ab ne ist kein Schildträger, ist ein Bombenleger du meinst ein Cyclone Raketenwerfer? ja wie auch immer Cyclone Schengen Lade halt die Sicherung wenn du fertig bist mit Laden sag Bescheid Lade ich dahinten kommt noch einer ja erkannt bin dran ich auch weg ja das ist krass ey na komm schon Mörderbot wenn die sich in die Luft spielen haben wir ein Problem und voll ja danke Drohne danke bitte Smiley weißt du das? ja das will ich danke Smiley äh Drohne ja muss ich nicht verstehen oder? ey den hab ich gekillt obwohl sie gesagt hat danke Drohne du stehst im Weg Smiley ich muss mir ja auch mal ein paar hier holen ich hab noch kaum einen gekillt hier okay ja drei stück dass wir äh extrem Schwierigkeiten werden bekommen ja ja ich hol mal Muni ja die nächste hol ich dann auch mal denk dran hä 15 Runden 15 Runden ja ja okay kann man mal runter Muni holen wird noch lustig ich hol mir mal die fette Waffe da wär natürlich der Fox optimal weil der kann richtig gut mit den Dingern umgehen ja ich bin da eher so der Schwachhands bin wieder da oben von hinten kommt einer dran die Baki ja ja lass mich auf die andere Seite wieder erledigt erledigt von da hinten kommen welche ach ne dicker und ich hab Rauch das ist sehr schlecht ich hab auch Rauch scheiße heiß gelaufen oh man ich seh nix ich bin ich mal kurz einen Schritt zurück jetzt kommt noch mehr Rauch vorsicht da hinten ja da kommt noch ein dicker ja erledigt weg oh shit ey das wird was kommt noch ein dicker bei mir schieß erst auf den Hund oh Moment Moment da kommt noch ein dicker ja schieß erst auf den Hund ja hab ihn Achtung ich lieg am Boden ja ja holst du ihn ja hol den Schildfäger beeil dich beeil dich zurück boah hab ihn sehr gut ich muss mich mal kurz heilen ja ok unten liegt noch einer ja äh ist noch einer so der letzte ja na wo hast du dich versteckt du bist hier der muss auf deiner Seite sein hol dir grad noch auch die ammo mit er kommt raus ich seh ihn nicht kommt hier raus ah ok erledigt so ich nehme mal den Flammenwerfer so ich nehme mal den Flammenwerfer pfff braucht noch jemanden Moony 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 braucht noch jemand ne ne danke hol dir ja bleib hier wieder mhm also auf expert wenn man normal spielt dann ist eher so frag abgreifen und auf expert ist eher so überleben ja da kommt was dickes von unten bei mir ja ah scheiße schieß erst auf den Hund war ne gute Sache hast du gut geklärt nur wenn der Hund durchkommt weg oh shit hund 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 weg ja ich behalte die halt die Dings hier im Auge ja dahinten kommt noch einer weg weg Mist scheißvieh vorsicht rauch ja Moormonger von unten ja wow vorsicht ja hab ihn unten ist noch einer ja erkannt er ist den äh weg vorsicht kommt noch einer ja und weg weg scheiße ich muss nachladen werf ne scheiß granate leggy erledigt alter verwalter ich hol mal munition ja so komm lad die muni nach so gib mir das und vielleicht können wir noch 249 abgreifen für die mehr munition ne die andere ist weg schade die ersten kommen ja holt ihr den unten den kommando ich hol mir den Raketenwerfer klappt versucht erstmal den Hund das ist ein Hund Vorsicht oh Mist oh shit ich hab mich selber in die Luft gesprengt haha fuck it ah ich komm wieder rein war ja meine Schuld äh danke danke dass du mich auf der anderen Seite respawns zu scheißding ah ok ich dachte du hättest jetzt mit mir ne ne boah weg weg so stirb endlich du Dreck-Sau glaub ihr hackt glaub ihr hackt glaub ihr hackt glaub ihr hackt wie scheiße ey komm da kommt ein Hund vorsicht stinki ja noch mehr stinki schnell vorsicht granate erledige erst die in der Tod weg komplett weg ja ah shit ausm Rauch raus vorsicht von hinten und das ist expert sagst du ja 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 ich bin auch wieder weg krasse scheiße mit der Uzi ey ich bin da ok ich komm nochmal rein musste ich grad mal ein bisschen anschießen da waren hinter dir direkt zwei Völkers kein Problem war ja unsterblich ok super also das expert ich geh wieder auf meine Seite ja und einer unter der Brücke ich brauche einen Hübsglash ah ne ich bin hier grad gespawnt zwei unter der Brücke ok so Nummer eins ist weg kommt auf der anderen Seite links rüber hab ich ok sehr gut krasse scheiße ja 6 Runden hm von 15 ne ja brauche ich das ne ist eh weg so ich komm mal wieder auf meine Seite mhm da hinten kommt ein Mech War Machine scheiße oh shit ey erst den Perch ja vorsicht da unten oh verdammt nochmal ey den einen Dicken hab ich brauche ich Hilfe ja definitiv vorsicht von hinten kommt einer den mach ich weg boah 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 weg ich bin schon wieder weg alter verwalter ich bin auch weg ah ich auch krass den kriegen wir so nicht kannst vergessen machen wir einen Break ja ich würde sagen danke fürs zusehen Leute so ist expert ja man kriegt ordentlich auf die Fresse so ist es definitiv bis dahin Leute tschüss mit fünf die gucke 1985